Wo will denn der hin? Ich muss mir jetzt mal ein bisschen mehr auf Teamplay und so achten. Ich tue immer nach vorne preschen und dann stehe ich allein gegen vier, fünf von denen gegenüber und dann habe ich keine Chance. Och, ah Mist. Wir umkreisen uns, sehr gut. Oh, da kommen sie, der nächste. Jetzt brauche ich ein bisschen Feuerschutz mal, wenn ich einen im Nacken habe. Aber hier ist jetzt eine Warnlichtkurvelei. Oh. Nein. Oh. Ausweichen. Und reparieren lassen demnächst. Aber nicht auf dem Flugplatz. Da kann ich mich gleich abschießen lassen. Das ist ungefähr gleicher Effekt. Wenn der so umkämpft ist. Der ist am nächsten. Aber der ist auch schneller noch. Schon wieder einer im Nacken. Moment. Da war doch einer. Ah, abgestürzt. Hoffe ich doch. Na, vom Gas mal runter gehen. Na, der versucht jetzt wieder zu seinem Team zu kommen, dass er ein bisschen Feuerschutz kriegt. Rechter Flügel beschädigt. Nur mal, es dürfte jetzt nicht mehr heimkommen. Ja. Aber wieder nur Assist. Och Mann. Aber ich muss landen. Dringend. Bin ja ein Schweizer Käse. Kommt ein Bomber. Werden immer noch mit. Mg überhitzt. Aber immer weiter drauf. Knappkühlen und weiter. Und schon wieder nur Abschusshilfe. Das gibt's keine Punkte mehr. Mg noch. So. Jetzt muss ich die Geschwindigkeit reduzieren. Oder auch nicht. Sehr schlechter Punkt hier zu landen. Glaube ich muss weiter zurückfliegen oder so lange kämpfen, bis ich abstürze. Wie Beispiel jetzt. Jetzt haben sie mich erwischt. Dann nehme ich diesen jetzt mal. Brauch ein schneller Jäger. Um sicher mich zu... Oh, da geht ab. Um sicher mich reparieren zu lassen, hätte ich bis hier hinten zurückfliegen müssen. Wenn sie aber das Gelbe. Nein. Doch, da hinten. Und bis ich da hin bin und wieder zurück, dann war ja die Schlacht schon wieder rum. Ich hätte mich auf dem reparieren lassen können, aber... Was war das? Hat er mich mit Raketen beschossen? Ja, nicht aufgepasst. Das ist schlecht. Der ist weg. Der Feind hat jetzt... Ja gut, 8,5. Das ist nicht gut. Ich konzentriere mich momentan eher auf die... Wie können die mich? Anscheinend erwischen die immer gleich meinen Piloten. Oh man. Sollen wir sie jetzt mal testen? Nein, das wird mal eine Überraschung. Nachher müssen wir uns noch gedulden. Täsch mir den alten. Jäger. Also ich werde jetzt nochmal abgeschossen, dann muss ich sie ja nehmen. Das ist nicht der Nächste, wo dann ausgetauscht wird. Oh, was habe ich beschädigt? Das Hekt beschädigt. Und der geht runter. Wieder nur Abschusshilfe? Boah, ich drehe gleich durch. Ich habe ihn doch das Hekt zerschossen. Ich bin echt zu schnell für die alte Mühle. Da kommt ja schon der Nächste angeflogen. Und nichts, nichts treffig. Nun sind alle schneller als die. Ich habe keine Chance mit dem Flugzeug. Und jetzt habe ich wieder einen Grafik-Bug. Also. Und weiter geht's jetzt. Ja, sorry Leute. Für diesen kurzen Cut. Mal unfreiwillig. Irgendwie hat das Spiel immer noch so nach einer halben Stunde oder so. Einfach einen Spinner und streitet kurz aus. Aber es ist immer das eine Mal. Nach einer halben Stunde. Und dann geht's flüssig. Weil dann kann man stundenlang weiterspielen. Naja. Ähm. Wo waren wir? Achso. In die Schlacht. Ja, das war sehr ungewöhnlich. Das ganze XP haben wir jetzt verloren. Leider nicht bekommen. Das war jetzt verschwendete Zeit, die letzte Schlacht. Schade, schade. Aber dafür geht's jetzt ja gleich weiter. Es sind ja genug Spieler online, wo das Spiel spielen. Dass wir... Ohne Probleme weitermachen können. Das ist auch egal mit dem Fluss, wo die Schiffe dann fliegen. Fliegen, ja genau. Fliegende Schiffe. Fahren. Ist auch ein sehr interessantes Gebiet. Ich bin nie weiter. Ich bin immer bis jetzt hier nur in diesem Gebiet hier geflogen. Also da hinten, wo die Panzer kommen. So bin ich noch nie gewesen. Das probiere ich auch mal. Wenn wir abgeschossen werden, wir holen uns einen Bomber aus. Letztes habe ich auch ein Spiel gehabt. Das war richtig cool. Das war zum Schluss 8-4. Also die haben 8 Panzer noch gehabt, mir noch 4 oder 2. Dann habe ich meinen Bomber genommen und Sturzkampfbomber mit ihm gespielt und direkt in die letzte Panzerkolonne von ihm rein und alle 8 zerstört. Das muss den Gegner gewurmt haben, dann noch kurz vor Ende zu verlieren. Gut, ich bin dabei auch draufgegangen, aber mir eben gewonnen. Das ist die Hauptsache. Dass es die Hauptsache wenigstens ist. Ich glaube, wir nehmen uns diesen Typ wieder vor. Schleichen uns Sneaky an und dann... ...mum, bum, 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 bum. Also wir werden verfolgt von der Seite. Da kommt einer. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme dich. Dass ich dich nehme. Oh, komm ich kann nicht rechtzeitig bevor sie abschießen. Doch, das langt, wir treffen ja nicht mal. So ein Stück, jetzt hab ich ihn. Trefft den nicht. Doch jetzt, ein Treffer. Zwei Treffer. Drei. Vier. Ähm. Sechs Treffer, ah, der gibt Punkte, das gibt Punkte, jawohl, bleibs.